Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum 97. Video der Reihe Programmierschule. Heute wollen wir wissen, was Scrum in der Softwareentwicklung ist. Hierzu lernen wir. Scrum ist ein Regelwerk, das eine agile Denkweise für die Entwicklung, Bereitstellung und Aufrechterhaltung komplexer Produkte verwendet. Es ist für Teams mit 10 oder weniger Mitgliedern, die ihre Arbeit in Ziele aufteilen, die in zeitlich begrenzten Iterationen, sogenannten Sprints, erreicht werden. Das Scrum-Team bewertet den Fortschritt in täglichen Meetings, die als Daily Scrums bezeichnet werden. Am Ende des Sprints hält das Team zwei weitere Meetings ab. Die Sprint-Überprüfung, um Feedback zu erhalten und die Sprint-Retrospektive, die es dem Team ermöglicht, zu reflektieren und sich zu verbessern. Das war es für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann liken und teilen Sie ihn bitte und abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal.